also ist blöd Ich will auch bald was so machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Na ja, geht zu Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn wir sowieso schon da sind Dann knipsen wir das auch mal an So, das Produktion MK2 Aber gerade so, wa? Strom Wir ziehen uns, zieh doch gleich von hier Irgendwann werden wir den Strom hier brauchen Wenigstens wenn wir das elektrische Jetpack haben Dann haben wir ihn, klar Ja, wir wollen uns nachBS,committee für funk, 2017 iveness Das war's für heute. Der hat ja so schön auf der Seite ist. Haben wir jetzt hier. Einen. Ah, da auch noch. Mit Fushonado hin? Das ist ja ebenso eine Unreine. Ne, normal. 120. Ah gut. Das ziehen wir mal weiter mit. Oh. Oh. So. 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 ich stehe hier neben na ja schlecht die richtung wäre schon mal nicht schlecht muss die höhe gefällt mir doch nicht oder gemein ich nehme den da ich nehme den da ich nehme den da Dann kommt der wieder hin. Und der wieder weg. Ja, ist okay. Jetzt kommt der wieder in die Mitte. So. Jetzt brauchen wir ein bisschen Strömling. So. 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 merkwürdig aber ich will erstmal kurz kaffee wieder raus den sage ich bis gleich ein stück geht noch ein stück geht noch ein tut gut 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 Die ziehen wir auch bis dahin her. Einmal, einmal, zweimal, und den ab. Ich hätte mir geschnecken, ne? Aber die holen wir uns jetzt im Moment nicht. So, wie weit kommen wir jetzt hier noch? Den können wir noch. Und dann müssen wir rüber. Hm, wie viel ist da lang? Hm? Okay. Genau. Oh. Ich überlege gerade, wir können eigentlich noch ein bisschen rüber gehen. Die holen wir uns gleich. Ich weiß nicht, wie es gerade hier so schön ist. So. Da nicht. Genau. Hier bauen wir mal den. Wir machen den weg. Ja. Genau. Die Säule. Hm. Gehen wir da lang. So. Hier müssen wir jetzt irgendwo. Ja. 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 Genau. Da sind die zwei Quarzminen. Da hinten haben wir Wasser. Wasser. Weiß ich nicht, ob wir das eigentlich schließen. Oh. Hm. Die Quarzminen schließen wir mit an. So. So. Ich muss nur ungefähr hier gehen. Ach. Da ist gut. gut. Äh. Genau. So. So. Krieg mal die zwei Quarzminen da drin. Krieg mal die zwei Quarzminen da drin. So. Wenn. Äh. Äh. Ja. Sehe ich unten. Dann. Können wir Beton hernehmen. Das ist die Frage, ob der sich jetzt Sascho ausrichtet. Oh. Haben wir schon wieder keine mehr. Das gibt es ja gar nicht. Hm. Ausrüstung. Ja. Meiner. Machen wir mal wieder welche. Oh. Du musst das Quarz da hinten bleiben. Naja. Das reicht. Das reicht erstmal wieder. Mal. 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 Ja, sehr kurios.